Baaaaaah! Ich hab einen getötet! Yeah! Ob die einen Schlüssel verloren haben, weiß ich gar nicht. Also bei Crysis 2 war es nicht der Fall. Wär geil, wenn das hier wär. Dann würde ich fast schon im maximalen Nano-Suit herauswählen können. Ähm, ja. Das ist, ähm... Die Gegner hier sind wirklich gerade ziemlich schwach. Und ich freu mich gleich erstmal. Ich glaube... Nee, ich mach nochmal eine Runde. Uah! Wohl nee, ich geh gleich... Oder doch, ich mach nochmal eine Runde und dann, ähm... werde ich meine eigene Klasse machen. Jetzt habe ich die fallen gelassen, egal. Jetzt habe ich wieder die richtig schlechte Waffe. Die auf Distanz vielleicht besser ist als... Also in der Nähe ist sie ganz schwach, weil man braucht tausend Jahre, um da wirklich den Punkt wirklich... Ne, weil... So, ich duck mich mal hier kurz hinter. So, gucken wir mal, ob hier irgendwas Rotes ist. Hier sind keine Verbündeten. Boah, ist die... Ist die Gammel, die Waffe, ey. Guck mal, ich bring dich damit auf... Oh Gott. Ich hatte da... Ohne Scherz, die sind voll schlecht gerade. Nein, da kommt ja noch ein Zerfluftangriff. Das habe ich voll vergessen. Geil. Alter, beides sogar. Was hat der gehabt? Die gleiche Scheiße wie ich, ne? Außer da braucht man dafür Jahre, um nachzuladen. Aber die größte Schwäche ist einfach, dass sie schlecht ist, die Waffe. Obwohl, nein, ich mache gleich nochmal eine eigene Klasse. Was bringt es mir, mit solchen schlechten Waffen zu spielen? Die Felline, glaube ich, war doch Stufe 6 oder was mir da angezeigt wurde. Ähm, die Gegner haben gerade mal zwei Kills. Das ist schwach. Was ist das denn da? What? C4 oder so. Von, von, von Verbündeten bestimmt. Okay, diese Map ist etwas kleiner gehalten, nicht ganz so groß. Man kann sich da wirklich, ja, man kann sich da zwar noch verlaufen, ich zumindestens, ich Profi, aber, ähm, etwas übersichtlicher. Mensch, schade. Da wurde er von, von einer Spinne getötet. Hallo. Äh, die Grafik sieht auf jeden Fall geil aus. So, verbündetes, bah, Luftangriff. Ach, das ist der Bogen. Ja, damit will ich jetzt auch mal ein paar Kills machen, ne? Mal gucken. Da kann man ja, wenn man Select kurz drückt, kann ich ja, ach nee, ist nicht freigeschaltet. Ist, noch nicht. Huch, wer fliegt denn da? Hallo, hallo, hallo. Mann ist ja schwach, der Bogen, ey. Ja, und wieder nur, ich treffe ihn 5000 Mal. Am Ende hat er noch ein HP, der Gegner kommt, zack. Nö, das ist ein Assis. Schaden. So. Das liegt hier immer noch, was habe ich eigentlich? Ich glaube, ich hatte die JAW, den Raketenwerfer. Die ist echt schwach, schwach, die Waffe, muss ich sagen. Jetzt habe ich sie aber als Primär, ne? Ach, ist ja blöd. Ich dachte, ich habe sie, ha, ha, ja, meine Lieblingswaffe. Oh, ho, ho, freue ich mich gleich, wenn ich meine eigene Klasse habe. Yeah. So. Zack, einmal runterspringen. Wie viele Gegner sind denn hier noch? Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man Select, oh, da war ein Gegner. Warte, ich bin gerade schlecht. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man Select gedrückt halten muss, um die Statistik anzusehen. Das mache ich eigentlich, ja, minütlich, sekündlich fast schon. Und dann müsste ich immer Select gedrückt halten und dann bleibt da auch sofort stehen, wenn ich das mache. Das ist ein bisschen blöd. Schade. Na gut. Dann muss ich mir das eben ein bisschen abgewöhnen, dass ich nicht immer sofort Select drücke. Wobei ich die Map, äh, die Statistik ansehe. Oh, wenn ich dann erstmal meine alte Rüstung habe, die ich auch bei Crysis habe, dann gehe ich richtig ab. Na gut. Ich sag mal, neun Kills, oder wie viel habe ich? Acht. Seaf Luftangriff bringt auch überhaupt gerade nichts, weil so wenig... Ja, die haben ein paar Kills gemacht. Ne, ein Kill haben sie gemacht. Auch nicht mehr so viel Munition mit der Waffe. Hier oben sichert irgendeiner, weil wir hier nur noch ganz wenige Gegner haben und die können sich auch gut verstecken eigentlich. Maximalradar. Da vorne sind sie. Boah, Alter, also das mit der Energie muss man echt mal fixen. Alter, da bin ich echt schlecht ausgestattet momentan. Ich verliere die Software. Oh, warte, ich mache mal einen Deathkill. Oh, nee, ist mich runtergefallen, ey. Nein. Komm schon, jeder rauf. Ach, jetzt ist er abgehauen. Nicht so. Pass auf. Wenn ich da von hier aus einen Kill mache. Nein, schade. Mist, der ist mir entwischt. Ich bin da aus dem Wasser irgendwie nicht rausgekommen. Wie auch immer. Ach, es sind noch 31 Sekunden. Ich darf nur noch 3 Sekunden. Gut. Alles klar. So, die werden jetzt hier sein. Ich will mal einen Kill mit dem Lufttritt machen. Unglaublich, wie schnell die Energie hier alle ist. 5 Sekunden. 5 Sekunden. And I win. And my team win. Williamsburg Dog. Sehr schön. 41, 4. Also das ist schon heftig. Und wir sehen voll geil aus, muss man sagen. Germany 2, 3, 6, 8 Kills, 2 Assists und 0 Tode. Ich muss auch sagen, bei Crisis 2 habe ich 14.000 Kills gemacht und glaube, ungefähr so 7.000. Hier sehen wir nochmal die Kills. 7.000 Tode. Dimm, 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 dimm. Gekillt. Gekillt. Ja gut, er zeigt nicht alle an, auf jeden Fall. Das wäre auch viel zu lang. So, ich gehe jetzt schnell raus, weil sonst startet das nächste Match. Kann man hier eigentlich noch irgendwie solidarisch mal wählen? Kann man hier tatsächlich Einmal Flughafen und einmal zentrale Höhle. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nur eine gleiche Map. Oder es gibt viele Maps. So, Ausrüstung anpassen. Eigene Klasse 1 natürlich zuerst. Das ist die Primäre und das ist die Sekundäre. Ich mache es gerne so, dass ich zwei Primäre habe quasi. Quasi ist dann die zweite Primäre irgendwie doch sekundär. Aber man kann dann auch nochmal so eine gute auswählen. So, ich klicke da mal drauf und gucke. Wir haben mit Sicherheit noch nicht die Feline. Die war gerade noch gesperrt, oder? Scheiße. Ich meine natürlich mal, es ist traurig. Okay, die L-Tag. Waffe wird freigestellt auf Rang 45. Die will ich auch erstmal überhaupt nicht. Die wichtigste Waffe ist definitiv... Wo ist die denn? Bin ich blind? So, Sturmgewehr, Scharfschütze, Schwer... Ach, da stehen die Namen. Die kommen zu spät irgendwie. Marshal. Da, da ist sie. Rang 7. Ist ja bald schon geil. Gut, dann würde ich erstmal sagen, ja, lasse ich die auf eigene Klasse 1. Auch die ganze Auswahl hier sieht einfach richtig geil aus irgendwie. Die Granate bleibt. Die ich irgendwie kaum bisher geworfen habe. Gucken wir mal. Automatische Panzerung. Ah. Doch hier haben wir schon mal was. Phantom. Schnellerer Wechsel... Aus dem... Okay. Bringt mir nicht wirklich was. Speer. Gegnerrichtung wird auf Minikarten angezeigt. Nee. Schwere Waffenprofil auch nicht, oder? Höhere Bewegungsschränkungen. Nein, will ich nicht. Punkte. Feuerverbindung. Bla, bla, bla. Brauche ich nicht. Nein, das ist das auch nicht. Schnellfeuer. Tarnprofile schon mal. Sieht schon mal richtig aus. Aber wird nicht angezeigt. Nee, das ist das aber auch nicht. Beweglicht. Ist es das? Komm schon. Sei es. Ich glaube, das könnte es sein. Nee. Das ist es auch nicht. Überwachung eventuell. Mann, sind hier viele Module, muss man sagen. Nee, auch nicht. Zielverbesserung. Auf Rang 22. Was haben wir hier? Minimisch. Detonations. Anerwartung. X-Bonus. Oder ist das hier vielleicht? Annäherungsalarm. Da ist es doch. Annäherungsalarm. Das habe ich gesucht. Ist es das? Ja. Ach, wunderbar. Geil. Gleich schon automatisch freigeschaltet. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das ist sowas von klar. Panzer automatisch. Das ist total dämlich. Beziehungsweise, ich glaube, wenn wir angeschossen werden, dann wird da automatisch aufgefahren. Ja, ist nicht dämlich, aber es gibt da sichtlich bessere Sachen, die man hier upgraden kann. Irgendwas mit Tarnung auf jeden Fall. Phantom. Nee, Phantom. 200 Tarntilts mit ausgerissen Phantom. Phantom. Phantom heißt, glaube ich. Keine Geräusche bei Aktivierung der Stealth-Modus. Ja, ich würde sagen, das nehme ich zuerst. Weil das andere, was hier zum Beispiel relevant wäre, Tarnprofil zum Beispiel, das will ich auf jeden Fall. Das bekommen wir erst später. Das heißt, Phantom werde ich jetzt ausrüsten. Bam. Tolles Modul. Ernährungsalarm. Waffen Profi. Ach, wie jetzt? Phantom, Spiegel, Waffen, Punkte. Nee, ich wollte hier. Phantom ist richtig, aber das hier. Schnelleres Nachladen. Okay. Und Ernährungsalarm ist was ganz anderes hier, oder was? Das ist auch hier vorhanden. Das kann wahrscheinlich nicht nochmal ausgewählt werden, wenn ich es schon ausgewählt habe. Ach, so ist das. Dann habe ich das noch nicht, ne? 50, bla, bla, bla. Schnelleres Nachladen. Was bringt das? Schalte 150 Grad. Steuerung bei Schüssen. Aus der Hüfte. Ja, dann würde ich sagen, behalten wir das erstmal. Es gibt nämlich noch, also das, was ich wollte, war, dass ich, wie gesagt, nochmal eine zweite primäre Waffe auswählen kann. So, super. Ich würde sagen, wir können fast schon starten. Nochmal kurz die Aufsätze wechseln. Ich habe keine Visiere. Reflexvisier habe ich auch noch nicht mal. Das heißt, ich habe dieses Gammelding. Okay, was habe ich für eine Secondary? Auch kaum was. Das ist eben so, wenn man am Anfang gerade steht von Crisis 2. Gut, dann würde ich sagen, schnelle Spiel und Team Deathmatch. Neue Rekruten können wir Gott sei Dank noch spielen. Bis Level 10 habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Dann warten wir jetzt einfach mal und wir nehmen die eigene Klasse 1. Dann haben wir schon mal den Annäherungsalarm. Sehr schön. Dann wird das schon mal gar nicht so schlecht. Die Feline schalten wir auch gleich frei. Müssen wir nur noch lediglich ein Level nach oben gehen. Ach, das ist doch wunderbar. Da freue ich mich drauf. Denn damit kann ich mit Sicherheit viele Kills machen. Und dann, wie gesagt, die Energie muss auch ein bisschen besser werden, weil die ist so schnell weg. Sitzungen werden gesucht. Das dauert eben ein bisschen. Vielleicht mal Skyline. Ich habe gesehen, Skyline ist auch eigentlich so meine Lieblings-Mad-Mip mitunter. Die ist ein bisschen verwesen und sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Ich habe online wirklich nur ganz, ganz kurz gesehen. Kleinen Trailer. Also eigentlich gar nichts. Sitzungen werden gesucht. Das ist immer so das Nervigste. Absorbiere 150 Schaden. Genau. Ich habe jetzt die Fähigkeiten ausgewählt. Diese können auch noch mal dreimal insgesamt geupgradet werden. Wir spielen in den zentralen Höhlen. Team Deathmatch. Was ist denn der Schwarm mehr? IMP-Strahl? Okay. Alter, geil. Wie viele neue Skills, äh, Fähigkeiten es hier gibt. Das ist unglaublich. IMP-Strahl wahrscheinlich bringt das einen aber nicht um, oder doch? Hm. IMP ist ja das, ähm, der Nano-Stude aussetzt, ne? Werden wir mal gucken. So, eigene Klasse 1 haben wir hier. Bam. Team Deathmatch. So, mal gucken. Wer führt denn hier überhaupt? 417. Äh, ich würde sagen, ich bin im... Hey, what the heck war das? War das der IMP-Strahl? Folg mir nicht. Bitte. Na toll. Er hat auch noch sein Radar erweitert. Gut. Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen und bin ein bisschen stiller. Kann hier auch wirklich... Ich hab das Gefühl, das wird... Oh Gott, wir haben nur 7 Kills. Ich hab das Gefühl, das wird ein bisschen schwieriger. Oh. My God. Glück gehabt. Also, ich dachte schon, ein Gegner wäre gekommen, aber meine Energie ist... Nicht richtig, ich kam mir gerade. Hinter mir ist der. So oft will ich töten. Ne, da ist er. Was macht der denn da? Ja. Äh. Ich bin tot. Wie ging denn das bitte schön? Ich guck nochmal hier. Ja gut, war ziemlich offensiv. Sonst hätte ich den wahrscheinlich getötet. Äh. Nicht ganz so gut. Ist das das maximale Radar gewesen? Da vorne sehe ich einen Feind. Mann, die Waffen sind wirklich nicht gut. Aber ich kann ja gleich eine gute Waffe auswählen. Ach, wie schnell alles weg ist hier. Unglaublich. Da ist er wieder. Dieses Mal hab ich ihn umgebracht. Beziehungsweise er hat... Das hört sich ja so an, als hätte er mich vorher umgebracht. Nein. Ich bin tot. Aber hab noch ein Assist bekommen. Immerhin. Das heißt, ich kann ihn gleich auswählen. Sehr gut. Okay, das ist eine irgendwie ziemlich offensive Map. Wo man sich schnell findet. So, was ich noch ein bisschen bemängle. Oh Gott. Warte mal, ich guck mal kurz, wie viele Kids ich habe. Drei. Na gut. Drei, zwei. Das ist ich noch so ein bisschen... Das ist nicht so schlau, was du da machst. Bemängel sind eben die Waffen und die sehr, 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 sehr schlechten Fähigkeiten momentan. Aber sehr schlechten. Ich weiß gar nicht, warum er da so rumläuft. Hinter mir ist einer. Ja, ich seh ihn. Fast tot. Die Waffen gefallen mir nicht, die ich gerade habe. Mann, ich mecke ja immer so schnell rum. Die guten Waffen, die ich... Bei Crysis, weil man Level 50 ist, dann hat man schon alles geupgradet. Geile Waffen. Oh. Das hab ich nicht machen dürfen. Ich seh ihn nicht. Oh, ist er. Warte, warte, warte. Wahrscheinlich rechts. Ich erkunde auch mal so ein bisschen die Map jetzt. Die Annäherung ist ganz, ganz wichtig. Ohne die wäre es super, super schwer, gut abzuschneiden eigentlich. Und das nächste Wichtige ist eben, dass die Energie aufrecht gehalten werden muss. Sodass man sie länger einsetzen kann. Da werden gleich ein paar Gegner rausströmen wahrscheinlich. Und wir liegen deftig zurück. Was ist das denn hier? Benutzen. Ja, das ist demnig, was ich mache. Mit der Waffe kann man gar nichts erreichen, weil die einfach nur schlecht ist. Das ist wahrscheinlich, wenn ich gerade beschossen werde, dass es mich so ein bisschen tarnt quasi. Alter, ich hab so... Diese Waffe ist so gammel. So gammel ist die... Oh, nicht mal ein Reflekt für die. Mann. Unglaublich. Man kann auch kaum losrennen, weil er... Weil die Energie gleich wieder weg ist. So, da vorne sind sie. Man muss ein gutes Auge haben, auf jeden Fall. Das war gammel von mir, muss ich ehrlich sagen. Gesundheit 100, Panzer 100. Draufgezielt. Ich bin ein sehr schnelles Opfer, weil ich komplett momentan vor den Fähigkeiten down bin. Das war so klar, wieder kein Kill. Aber der Gegner hat mich gesehen. Oder auch nicht. Jetzt geht... Okay. Ja, ich kenn ihn mehr nicht. Schlecht. Es ist ein 4-3-4. Komm, ich muss wenigstens einen Kill mehr haben. Hallo. Respawnen. So, ich höre da mal eine Gravath hin, wo die ganzen sind. Und, äh, wo die ganzen Verbündeten sind und kämpfen irgendwie. Bestimmt hinter mir gleich. Wenn ich Glück habe, dann ist er stehen geblieben. Und stirbt jetzt. Immerhin mehr Kills als Toto. Und damit bin ich vielleicht sogar der Beste aus meinem Team. Also, naja, gut. Von der KD jetzt, ähm, gemeint. Weg mit den Stützrädern. 5-3-4 plus. Alle anderen haben Minus. So, und jetzt kann ich endlich, äh, meine eigene Klasse 1 nochmal ein bisschen aufmotzen. Und hier sehen wir nochmal die Kills, die ich gemacht habe. Naja. Ja. Ich habe teilweise leider zu offen gestanden. Ich hätte mehr Kills machen können, aber hinter mir war einer. Das war zu offen einfach. Und das Problem war, ich töte 1. Zack. Äh, bin ich, ähm, im Tarm-Modus. Renn ein bisschen und die Energie ist einfach weg. So. Level 7. Ne? 1 von 2. Ach so, 1 von 2 jetzt freigeschaltet. Die Granatenjäger schalten wir als nächstes frei beim nächsten Rang. Die Fähigkeit wahrscheinlich. Fähigkeiten-Kill. Dann nochmal die Fähigkeiten-Bewertung. Haben wir zum ersten Mal in dieser Map gespielt. Und noch irgendwas. Ausrüstung anpassen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Eigene Klasse 1. Da bist du. Oh, Visier. Na gut, egal. Komm, ich will dich nur ausgewählt haben. Ja, 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 ja. Ähm, was haben wir da? Williams-Burg oder Hell's Kitchen. Ich nehme mal die Hell's Kitchen. Allerdings scheint die nicht ganz so beliebt zu sein. Äh, wir sind irgendwie auch ziemlich wenig. Das heißt, wir müssen eh auf drei Spiele warten. Einerseits kann es sein, die anderen sind alle geläftet. Andererseits ist es so, dass wir einfach rausgeworfen wurden. Das ist auch manchmal der Fall. Ähm, ich überlege. Eigentlich müssten wir auch automatisch weiterverbunden werden gleich. Und ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein Match und dann mache ich eine Aufnahmepause mal. Hm, das dauert noch ein bisschen. Gut, ich verlasse kurz die Sitzung, mache ein schnelles Spiel, Team Deathmatch, neue Rekruten. Und eigentlich findet man auch relativ viele Server immer. Relativ viele Sitzungen. Und ich, naja, es müsste natürlich auch mehrere Sitzungen geben, dann, wenn man zum Beispiel nicht Rekruten auswählt, sondern schon Fortgeschrittene. Ach, komm, hier, dann nehme ich auch Williamsburg. Vielleicht beschafft uns das ja jetzt noch drei Spieler hier noch. Ich könnte jetzt natürlich auch bei den Profis einsteigen. Komm, weißt du was, dann mache ich das auch einfach. Ich will jetzt nicht warten. Hier, Standard. Da sind alle drin. Meistens die Stärksten auch. Und meistens auch welche, die hier im Chat vertreten sind und einfach blödes Zeug labern. Vielleicht aber auch taktisch. Aber es hört sich jetzt nicht wirklich an, als ob der Typ da taktisch redet. Ich verstehe ihn ja auch leider nicht, weil ich die Kopfhörer anhabe und den Ton auch nur ganz leise höre. Auf jeden Fall glaube ich, es ist Englisch. Sitzungen werden gesucht. Das heißt, er hat schon irgendwie... Baden wir wieder mal ein bisschen und ein Match machen wir noch. Dann gucke ich mal kurz auf die Ausrüstung. Warte auf fünf Spieler. Weitere fünf Spieler. Ich bin alleine. Na gut, ich werde gleich irgendwo hingetan. East River und Finanzdistrikt. Alter, wie viele Maps hier gibt. Das ist cool. So, jetzt Ausrüstung. Jetzt gucke ich mal. Also bei Phantom war es so, dass ich 200 Tarn-Kills mit ausgerüstetem Phantom machen muss. Das heißt, Stealth-Kills. Ich gehe hin und messere ihn. Weil wenn ich schieße, ist der Tarn-Modus ja weg. Ne, so zählt es auch anscheinend. Okay. So, dann hatte ich ja wie gesagt Annäherungsalarm. Wie kann ich das? Töte 200 Gegner mit Hilfe. Der ist Annäherungs. Ach, das ist ja wunderbar. Das ist ja meistens fast schon automatisch. Erhöht die Häufigkeit der Warnung, wenn ein Fein in der Nähe ist. Maximale Häufigkeit der Warnung, wenn ein Fein in der Nähe ist. Oh, geil. Das ist sehr wichtig. Und dann Waffenprofi. Schnelles Nachladen. Na gut, das will ich eigentlich nicht behalten. Da will ich dann Jäger. Blä, blä, blä. Fußspuren. Ich gehe dann, werden auf den Boden markiert. Aha. Ist ja wirklich Jägerhaft. So, warte immer noch auf 5 Spieler. Dann versuche ich mein Glück nochmal bei den neuen Rekruten. Wenn das jetzt auch nichts hilft, werde ich dann, sehen wir uns dann in der nächsten, im nächsten Part von Let's Play Crisis 3 Online. Und dann geht es richtig zur Sache. Ich werde jetzt endlich mit der Felina antreten hier. Dann eventuell noch den Reflex und dann die Fähigkeit, noch eine weitere primäre Waffe aufheben zu können. Dann muss der Annäherungsalarm noch abgegradet werden. Das sind so meine Ziele. Und dann wird das auch bald perfekt. Und meine Energie muss natürlich besser werden. Ich gucke mal, geht das Spielerprofil oder kann ich das irgendwo sehen? Fähigkeitenbewertung. Clantag mache ich erstmal. Das war TLM, habe ich ja gesagt. TLM. So. Ich weiß es nicht. Kann ich in der Agentenakt eventuell sehen, wie gut ich geupgradet bin? Oder gibt es sowas nicht mehr? Das heißt, man müsste das von den Fächer in Sitzung werden gesucht. Alter, wie lange denn noch? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Skyline, ich würde das so gern spielen. Das dauert einfach zu lange jetzt noch, bis ich ein paar Mitspieler finde. und ich habe auch ziemlich lange aufgenommen. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Crisis 3. Bis dann. Ciao.